Mittwoch in nicht Köln, sondern hier in YouTube, auch gut, wow, die Kernprobe geht also unweigerlich voran, egal was in der echten Welt so alles passiert und der Nerdquist-Kalender hat auch natürlich ein Blatt für diesen Tag und das sagt, das hier steht drauf, was weißt du dazu, schauen wir mal. Unter welchem Namen erschien Star Fox 64 in Deutschland? Ja, das weiß ich zum Glück sogar, wow, ganz krass, Lylat Wars, Lylat Wars, warum es genauso hieß und nicht Star Wing wie das Essenesspiel, das weiß ich nicht, haben wir das jemals eruiert, wurde es mal irgendwo erklärt, wenn ja, habe ich es vergessen, aber egal, Hauptsache ich habe es gewusst.